Hallo allerseits, heute mache ich mal ein bisschen was anderes. Ich stelle eine ganz einfache, eine fast schon simple Frage, die aber extrem wichtig ist mit Langzeitkonsequenzen und ganz klar in meinen Augen zumindest eine Grundsatzfrage ist. Grundgesetz oder Islam? Das Grundgesetz in Deutschland stellt die Grundlage für das Zusammenleben der Menschen in einem Land dar, der Bundesrepublik Deutschland. Im Gegensatz dazu gibt es den Islam als konkurrierende Grundlage für das Zusammenleben der Menschen in Deutschland. Und nur kurz zur Erklärung, der Islam ist in zwei Bereiche geteilt, den weltlichen und den übernatürlichen Bereich. Also das eigentliche Leben hier und heute und dann das sogenannte Leben nach dem Tode. Na gut, der weltliche Teil ist wiederum zweigeteilt in den Gottes-Islam, der droht und fleht, mit Versprechungen prahlt, was Männer alles im Himmel als Belohnung erhalten, wenn sie sich nur für diesen Gott einsetzen. Und dann gibt es die eigentlichen Lebensgrundlagen und Befehle, die im Koran angedeutet werden und dann in der Sunna nochmal detailliert erläutert werden. Also Definitionen und das, tu das, tu das nicht, diese Befehle. Muslime, also wörtlich die, die sich unterwerfen, müssen ohne Wenn und Aber und sind gezwungen, sich an diese zu halten, wenn sie nicht im ewigen Fegefeuer in der Hölle schmoren wollen. Ein im Islam sehr ausführlich geschilderte Ort des Grauens. Na ja, was macht denn jetzt ein Muslim in Deutschland? Nun, das Grundgesetz ist im Mai 1949 angenommen worden, wurde also an die Gesellschaftsstrukturen und kulturellen Eigenschaften des Landes angepasst. Der Koran als Grundlage der Gesetze im Islam ist hingegen über tausend Jahre alt und völlig starr. Und Muslime machen aus dieser Not eine Tugend und erklären, dass ja ihre Gesetze die eines Gottes sind und nicht von Menschenhand verfasst wurden und damit automatisch höherwertig sein müssen, ohne an Platos Jusifron-Dilemma zu denken. Die Konsequenzen möchte ich hier anhand eines kleinen Beispiels verdeutlichen. Und damit, ja, ich meine, das Internet heute, was ja in keinem der gottbasierten Schriften erscheint, gibt mir die Möglichkeit, beide Texte nicht nur hintereinander darzustellen und zu lesen, sondern nebeneinander. Und dadurch wird diese Übung eine Leichtigkeit. Nehmen wir also mal das Grundgesetz und nehmen da als Beispiel den Artikel 3 Absatz 2 und stellen daneben Kapitel 2 Satz 228 des Korans dar. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Kurz und knapp, ohne jegliche Einschränkung, äußerst präzise. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Auch im Kontext ändert sich dort nichts. Und jetzt legen wir mal den Koran daneben und da sehen wir, Männer haben ihnen gegenüber einen gewissen Vorzug. Okay, also hier sind Männer und Frauen nicht gleichberechtigt, sondern Männer stehen eine Stufe über den Frauen. Auch im Kontext. Der Inhalt bleibt bestehen, wenn ich die eigentlichen Worte im Koran auf Alt-Arabisch nehme. Und die Worte sind Alayhinna über ihn und Darajatun eine Stufe. Wenn ich weitere Übersetzungen dazu nehme, wird dann schnell deutlich, dass die Worte im Alt-Arabischen ganz klar von einer Stufe sprechen und die Übersetzer merken, dass hier etwas im Argen liegt. Und dann fangen die an eher zu interpretieren und die Worte irgendwie weich zu spülen, anstatt zu übersetzen. Und das Ganze ist eigentlich ziemlich klar, vor allem wenn man die Begleittexte und dann die Exegese und den Kontext heranzieht. Und das wird dann auch in unzähligen Texten ausgeweitet und nicht zuletzt im Koran selber, wo die Frau zu gehorchen hat und der Mann das Familienvorstand ist. Er kann mehrere Ehefrauen gleichzeitig haben und eine unbegrenzte Zahl an Konkubinen, selbst wenn diese bereits verheiratet sind. Dass die eigene Ehefrau geschlagen werden darf und Frauen nur die Hälfte erben und ein Mann sogar die eigene Schwiegertochter ehelichen kann, werde ich an dieser Stelle nicht schon wieder erläutern. Das Grundgesetz im heutigen Deutschland legt fest, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. So ist das. Also, die stehen auf einer Stufe. Und das Gesetz im Islam sagt, nein, Männer stehen eine Stufe über der Frau. Und das ist das, was Islam, die politische Ideologie Islam, in Deutschland einführen und damit das Grundgesetz ablösen will. Das ist das Ziel des Islam. Ganz klar eingeführt und erläutert, ganz klar beschrieben im Koran. Naja, und was machen wir jetzt damit? Also meiner Meinung nach sollten wir Errungenschaften, für die wir Menschen lange gekämpft haben, also freie Meinungsäußerung, Gleichberechtigung für alle Menschen, vor allem für Mann und Frau, nicht wieder abgeben und nicht wieder ins Mittelalter zurückkehren, wie das der Gott des Islam fordert. Warum verehrt irgendjemand diesen Gott? Danke für die Zeit. Bis nächstes Mal. Ciao. Ciao.